. . . . . . . . Dann geht es noch hin an. Gut. Das ist gut. Dieben, stopp. Wir befinden uns hier auf der Baustelle Neubauspittel Lamsperi, am Grimselo-Spitz, wo wir am Fundament für die neue Doppelgebogene Staumauer. Darage unterstütze ich in diesem Fall mit einem Packer 27 Tonnen, den man zerlegen muss, weil Easy Transport eine Materiaseilbahn ist, die maximal 6 Tonnen transportiert. Da hat man sich entschieden, mit der ARAG zusammen einen Packer zu zerlegen und dann nach zehn Teilen sie wieder zusammenzubauen. Die ARAG haben wir gewählt, einen Teil aus finanziellen Gründen. Es war ein unschlagbares Angebot, das man fast mitnehmen musste. Zudem kommt noch dazu, dass sie selber Erfahrungen in solchen Sachen, die sie diesen Scheiss gemacht haben und haben auch das technische Journal-Hall und Leiter dazu, wo solche Sachen irrefrieren können. Gitarre zusammen mit ihr und meine andere Spanzen zuersthosen. Das Ganze findet in der Nachtmontage statt, dass wir eigentlich den Tagesbetrieb nicht testen haben. Einmal nicht im grossen Mass. Das Ganze ist wichtig, dass wir uns im Zusammenhang mit dem der Nachtmontage stattfinden müssen. Wir sehen uns im nächsten Mal. Das Ganze wird mit dem Kniegack-Ton. Jetzt kommt es ein wenig, mit dem Kniegack-Ton. Bis zum nächsten Mal.